Dieser berühmte Malt hat ein extrem rauchiges, medizinisches Aroma mit einem Hauch von Seetang und mehr. Der Geschmack ist rauchig-salzig mit langanhaltendem Abgang. Das macht ihn zu einem der intensivsten Isley Maltes. Man hasst ihn oder man liebt ihn. Für diesen Whisky empfehlen wir die Flöt Onomust der Marke Lehmann Glas. Mehr auf tastingsamples.de